Stahlfreigabe und das Team in Witzach 3, 4 und die Taxi und die Städte und die Städte und die Städte und die Kassel und die Führer und noch einmal auf Position 1 unterwegs Cario Wiesel die Brimmel Frau Ratscher auf Platz 1 der Rundfunk die Süderreizzer Flitzer sind lange Tumorab Wiesel Cario Wiesel die Brimmel und die Süderreizzer Flitzer Kämpfen hier Und Platz 1, jetzt 2. Und jetzt mit der Arme, und der Rollen will die Blutemps noch einmal in der Kirche auf. Da schießen sie noch mal 2 Fahrzeuge raus. Nur mit einmal sind sie wieder vorne dabei. Der Chef, der Vorderbache. Wir haben hier herrschen, die Mitte. Auf 1, die Sünder hat er Flitzer auf 2. Auf 3, auf 4. Und Blutemps, und wir haben hier auf den Rats 4. Das West-Hinti-Negative. Der Räuberty-Perform ist immer so gefallen. Und das wird in A gehen. Es geht erneut rein in die letzte Runde. Die Zielflagge wird beheben. Die Karriere ist gewinnen. Die Süddeutscher Flitzer auf 2. Die 91, der Lidicum auf 3. Die Blutemps auf der 4.